Schlager oder nix? Nur wer gewinnt, singt. Es wird spannend und es wird ziemlich lustig. Mit Andi Bork, mit Marina Marx und Carsten Walter, mit Ben Zucker, mit Daniela Alpinito, mit den Draufgängern und mit Florian Silbereisen. Schlager ist geil, ist so mega hammergeil. Das geht ab und das kommt drüber und wir sehen immer wieder Schlager ist geil. Schlager ist geil, er macht jede Party steil. Diesen Zeug für unser Leben wird es immer, immer gehen. Schlager ist geil, Schlager ist geil. Schlager ist geil, es geht ab und das kommt drüber und wir sehen immer wieder Schlager ist geil. Hier im MDR, schön, dass ihr alle da seid. Herzlich willkommen und ein Willkommen in diese wunderbare Runde. Schön, dass ihr da seid. Andi Bork, Marina Marx, Carsten Walter, Ben Zucker, Daniela Alpinito und die Draufgänger hier und hier. Ja, das klingt schon mal sehr, sehr gut. Also das Schöne ist ja, niemand weiß, wie diese Show heute ablaufen wird. Auch ich weiß es nicht, denn das wird sich erst im Laufe der Show herauskristallisieren. Ich weiß nur so viel. Wir werden miteinander so viel Spaß haben, wie in keiner anderen Schlagershow. Wir werden uns heute auch mal so ein bisschen anders kennenlernen, von einer anderen Seite zeigen. Auch das wird sehr spannend. Und wir werden natürlich ganz, ganz viele tolle Schlager zum Mitsingen und mitfeiern hören. Aber dafür müsst ihr erst einmal gewinnen. Denn nur wer gewinnt, singt. Wir spielen heute nicht um Punkte oder um Geld. Nein, wir spielen heute um Schlager oder nix. Bis zu dreimal kann theoretisch jeder von euch gewinnen. Demzufolge auch bis zu dreimal singen. Es kann aber natürlich auch sein, dass ihr heute Abend nix gewinnt und demzufolge leer ausgeht. Es wird also wirklich spannend. Und deshalb würde ich sagen, legen wir jetzt auch sofort los mit unserem Schlagertipp Nummer 1. Wie viel Zentimeter lang wird die Pizzateigrolle von Andi Borg, wenn er 500 Gramm Teig 60 Sekunden lang ausrollt? Und das ist die erste Spielrunde. Die erste Schätzrunde. Also, Andi Borg wird Teig rollen. 500 Gramm Teig bekommt er von uns. Und er muss versuchen mit seinen Händen eine Pizzateigrolle zu rollen. Andi, hast du das schon mal gemacht in deinem Leben? Ich wollte gerade sagen, ich dachte, das war eine Scherzfrage. Nein, nein, das ist eine richtige Frage. Eine Scherzfrage? Nein, also jeder Pizzateig, der bei mir einen Meter entfernt war, wurde verarbeitet. Also du bist... Aber nicht... Hast du einen Pizzateig? Da, ich bin nicht vorbereitet. Wir haben das alles für dich vorbereitet. Aber lass dir noch ein bisschen Zeit, weil die Kolleginnen und Kollegen müssen jetzt erstmal ein bisschen schätzen. Also, Andi hat, ist vielleicht für euch schon mal ein Hinweis, keine Erfahrung mit Pizzateigrollen. Ich kann gut Pizza bestellen. Pizza bestellen. Und eben gut beim Essen. Ja, Essen, das können wir alle, aber es geht um Pizzateigrollen. Ach so. Ben, du kochst doch auch ab und zu ganz gerne. Ja, ich habe allerdings einen elektrischen Küchenhelfer, der hat für mich kein Teig. Ich bin gerade schon in meinen Gedanken, weil ich mir gerade vorstelle, dieser 500 Gramm Teig ist ungefähr so ein schöner Knödel. Und Andi wird versuchen, nur mit den Händen zu rollen. Er darf jetzt nicht so kneten, also kneten schon, aber du musst dann rollen. Und jetzt möchten wir wissen, wie lang kann so eine Pizzateigrolle von Andi Borg werden? In 60 Sekunden. Vielleicht als Tipp von mir, ich bin 1,70 Meter. Also länger wird es nicht. Aber das wäre schon eine sehr lange Pizzateigrolle. Ich stelle mir das so vor. 1,50 wird ja wohl. Also, ihr hattet jetzt Zeit zu überlegen. Und ich darf euch jetzt gleich um eure ersten Tipps bitten. Es ist so, dass immer wenn eine Zahl genannt wurde, die gleiche Zahl nicht mehr wiederholt werden kann. Deshalb werden wir auch in jeder Spielrunde eure Tippreihenfolge verändern. Damit hat keiner den Vor- oder den Nachteil. Okay? Also, dann starten wir jetzt und ich bitte euch jetzt eure Tipps abzugeben. Wie viel Zentimeter? Ben Zucker. Ich sage 83 Zentimeter, mein Geburtsjahr. 83. Marina Marx und Carsten Walter. Wir sagen 60 Zentimeter. 60. Die Draufgänger. Ja, okay, okay, Robert, ich kann verstehen. Wir sagen 170. Wir glauben an die Borg. 170, okay. Daniela Alfinito. 120. 120. Das sind die Tipps unserer Stars. Wie lang soll ich machen? Andi, du kannst natürlich jetzt in dieser ersten Spielrunde nicht tippen, weil du wirst jetzt für die Auflösung sorgen. Ja. Schau mal, wir haben hier für dich alles vorbereitet. Vorsicht, da sind viele bunte Luftballons in dieser Show. Ich bin begeistert. Ich hoffe, ich darf nachher dann welche mitnehmen. Ja, unbedingt. Wenn ich so Chance nichts gewinne, dann gewinne ich vielleicht einen Luftballons. Ja, eben. Also, wir haben hier für dich eine... Oh, das war schon der Pizzateig. Entschuldigung. Jetzt bin ich wach. Mein lieber Freund. Also, hier ist der Pizzateig. Ja. Du hast hier mal eine Schürze, damit du dich nicht einsaust. Okay. Kannst du so drüberziehen. Du hast hier was zum nachher Händewaschen, aber man kann natürlich auch den Teig befeuchten. Nein, das ist Seife. Das ist Seife. Zum Händewaschen. Das ist die Schürze, oder? Das ist die Schürze, genau. Damit du dich jetzt nicht dreckig machst. Vorsicht, dein Mikrofon. Ach, da ist dein Mikrofon. Ja, sonst würden wir dich ja nicht hören. Ich habe schon versucht, es auszudrücken. Ich dachte, das wäre ein Pickel. Nein, unser Kevin. Das ist der Schiedsrichter des heutigen Abends. Hallo, guten Abend. Er ist ein echter Schlager-Besserwisser. Okay. Er ist sehr streng und er wird alles nachmessen. Herzlich willkommen, unser Schiedsrichter Kevin. Schön, dass du da bist, Kevin. Ja, los, Kevin. Kevin wird kontrollieren. Also, die Zeit läuft, wenn ich das Kommando gebe. Wenn du bist fertig, dann sage ich, Achtung. Wie lange habe ich Zeit? 60 Sekunden, 60 Sekunden. Fertig und los geht's. Jetzt guck, das habe ich in der Pizzeria schon mal gesehen. Oh, wow. Der hat eine ganz besondere Technik. Aha. Er geht. Und ich darf jetzt so... Du darfst jetzt rollen, ja. Dann geh mal weg. Ja, ich geh weg. Ich geh weg. Ohne Mehl ist besser. Ohne Mehl ist besser. Es wird... Und jetzt schön rollen. Rollen, rollen. Ich bin, jawohl. Das ist nicht so einfach, ne? Wenn ich das jetzt kippe Gas. Du hast jetzt noch 35 Sekunden. Aber es wird eine schöne Pizza-Staple. Ja. Wenn ich gewusst hätte, hätte ich keine... Kein Mehl da getan. Ja, das ist gut. Alter, du hast auch Wasser, wenn es ist, Adi. Du hast auch Wasser. Nein, dann klebt er mehr. Als ich da drüben bin, ist die Minute vorbei. Ja, du hast noch 17 Sekunden. Gib Gas, Adi. Oh. Das wird spannend. Nach 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Das ist Schluss. Kommst du mal. Da reicht nicht nur ein Tisch. Das ist ein Pizzastangau. Ja, aber was für ein. Also mit vollem Körpereinsatz, muss man sagen, hat er an die Gas gegeben. Und jetzt schauen wir mal. Unser Schiedsrichter wird das genau abmessen. Ich leg's gerade hin, weil sonst wär's unfair. Ja. Man sieht auch, der zieht sich immer wieder ein bisschen zurück. Ein gemeiner Pizzateig. So, nicht mehr berührt. Jetzt kommt unser Kevin ins Spiel. Andi, du kannst dir hier natürlich die Hände ein bisschen abputzen, wenn du magst. Ach, die sieht schon erst mal schauber jetzt noch. So schön eingemehlt. So, dann wird unser Kevin jetzt messen. Wie viel Zentimeter hat er geschafft? Herr Schiedsrichter, bitteschön. So. Es war auf jeden Fall sehr ordentlich gerollt. Kompliment. Und mit vollem Körpereinsatz. Der hat er mit Fuß, mit halbem Spagat hier. Ja, damit ich's zieren kann. Ja, ja. Ja. Jetzt schauen wir mal. So. Wenn's schon weiter geht. Und wir sind bei 132 Zentimeter. 132 Zentimeter. Wer ist da da? Das wäre das richtige Ergebnis gewesen. Jetzt schauen wir mal, wer ist denn am nächsten dran. Wir sehen hier, Marina, Marx und Carsten Walter haben leider nix gewonnen. Ben Zucker hat leider nix gewonnen. Die Draufgänger haben leider nix gewonnen. Daniela, du hattest so eine Angst zu erschlagen oder nix. Aber Andi hat für dich perfekt den Pizzateig ausgerollt. Ich herf die auch als Steinenhof. Besser geht's nicht, Daniela. Du darfst als erstes singen. Was hast du für uns mitgebracht? Natürlich meine Blue Jeans. Na dann, Bühne frei für Daniela Alpito. Bühne frei für Daniela Alpito. Bühne frei für Daniela Alpito. Und denk, was mach ich bloß? Der Spiegel lacht mich an. Mein Herz mit Allah. Und dann zieh ich meine Blut zusammen. Und werde tanzen gehen. Liebe Kinder, ich kann machen, was ich will. Und dann zieh ich meine Blut zusammen. 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 Und werde tanzen gehen. Niemand ändert mich, denn ich estado noch. Niemand macht da. Und dann doe ich die Blut zusammen. Und dann zieh ich meine Blut zusammen. Und dann zieh ich meine Blut zusammen. Und nun ja, ohne Stimme. Wie ein Engel in der Friede kommt, drückt nach Augen schon mit Gott. Und dann zieh ich meine Blut über und werde tanzen jetzt. Wie ein Engel in der Friede kommt, drückt nach Augen schon mit Gott. Wie ein Engel in der Friede kommt, drückt nach Augen schon mit Gott. Und dann zieh ich meine Blut über und werde tanzen jetzt. Da ist ein Selfie von uns drauf. Schaut euch mal das an. Kannst du dich mal kurz umdrehen, dass wir das sehen? Vielen Dank. Also, das geht schon mal gut los. Und wir kommen jetzt sofort zu Spiel Nummer 2. Es wird sportlich. Wie viele Seilsprünge schafft der Sieger im Springseilduell? Ben Zucker gegen Florian Silberreisen in 60 Sekunden. Also, das Spiel muss man nicht groß erklären. Ben und ich werden gegeneinander Seilspringen. Und wir möchten von euch wissen, wie viele Seilsprünge schafft der Gewinner aus diesem Duell? Also, und Andi macht das schon mal perfekt vor. Ben, du bist derzeit wirklich extrem sportlich. Du machst viel Sport. Bist du auch so einer, der das Seilspringen kann? Das ist genau das, was ich am liebsten nicht mache. Dann sind wir eine Macht genommen. Also, ich muss sagen, ich bin durchaus auch nicht unsportlich. Aber Seilspringen ist tatsächlich überhaupt nicht meine Stärke. Man hat das früher als Kind mal irgendwie ausprobiert. Aber es ist eine Schimpfung. Was ist, wenn du hellen bleibst? 60 Sekunden anfängt. Muss man wieder anfangen. Wieder von vorne anfangen. Also, 60 Sekunden und alle Seilsprünge... Aber es wird weitergezählt. Ja, es wird weitergezählt. Das ist jetzt die Challenge. Wer von euch kann das besonders? Also, ich weiß, Albert, du hast in den letzten Wochen und Monaten extrem viel Sport gemacht. Der Mann ist der neue Terminator hier, mein lieber Freund. Also, Arnold, lässt grüßen wir. Im Moment noch ein Tafel bauen, aber bald eine steirische Reiche. Ja, aber wirklich, du. Also, der ist wirklich zu echt. Das sieht nach 2.500 Seilspringen aus. Ich weiß nicht, Seilspringen ist extrem anstrengend. Ich habe es wirklich, ich weiß nicht, früher mal ausprobiert, aber ich bin kein Experte. Jetzt müsst ihr einschätzen, wie viele Sprünge schafft man in 60 Sekunden. Also, der Gewinner von uns beiden. Andi, bist du so ein Experte, was Seilspringen angeht? Ja. Total, oder? Machst du jeden Tag? Nein, aber ich habe es schon oft gesehen. Deswegen. Ja. Okay. Ich zähle da auch mit. Du zählst da auch mit, okay. Soll ich sagen, was ich glaube? Nein, warte. Ah, noch nicht. Warte, warte, warte noch. Ihr könnt noch kurz überlegen, aber dann wird es ernst. Wir können uns schon mal so ein bisschen aufwärmen, dass wir dich gleich... Wir gehen runter, dann dürfen wir es anpassen und dann gibt es einen... Es ist wahrscheinlich ein Stahlseil. Es ist so, zumindest ist das Aufwärmen mal gut. Also, ihr habt jetzt genügend Zeit gehabt zum Überlegen. Ja. Dann, nochmal zusammengefasst, 60 Sekunden, es ist entscheidend die höchste Zahl. Also, wenn Ben mehr schafft als ich, zählt seine Zahl, falls ich mehr schaffen sollte, zählt meine Zahl. Wer schafft oder wie viele Seilsprünge schaffen wir in 60 Sekunden? Der Gewinner von uns beiden. Bitte gebt jetzt eure Tipps ab. Marina Marx und Carsten Walter. Ja, also wir freuen euch ja sehr, sehr viel zu. Deswegen haben wir uns jetzt für die Zahl 68 geschickt. 68. Also enttäuscht uns nicht. Die Draufgänger, was sagt ihr? Wir sagen... Robert, okay, ja. Wir sagen 107. 107. Ja, Lehmann, das ist schön. Daniela Alfinito. 75. 75, ja, dann. Andi... 105. Boah, ja, auf sie. Okay, Ben, die glauben an uns, ich glaube noch nicht ganz an uns. Ich nehme mal noch eine Schluck. So, wir haben das im Kindergarten aufgeben. Das geht schon. Okay, der Einmarsch, der... Seilsprünge addieren. Boah, kommen wir dann auf die Zahl. Ja, wenn wir sie addieren würden, ja, aber wir müssen sie ja einzeln machen. Das wäre so die Idee. Ben, du bist der Gast, du darfst entscheiden, wer anfängt. Ich bin ein Linkshänder, ich würde hier... Ich bin ja auch ein Linkshänder. Achso, du bist ja beide. Aber was ändert das daran? Wenn du Linkshänder bist, man nimmt das auf die Beide in der Hand. Dann habe ich das Gefühl, dass ich hier mehr... Also da bist du sicherer als hier. Ich gehe vielleicht ein Stück versetzt, oder? Ich gehe vielleicht schnell vor. Ja, natürlich, ich gehe dann auf die Seite. Wir machen ja nacheinander. Ach, okay, nacheinander. Du darfst entscheiden, wer anfängt. Ich bin, wie gesagt, kein Experte. Wenn du das jetzt sehr, sehr gut kannst, dann bitte ich dich, dass du anfängst. Dann kann ich mir das ja sparen, diesen Kraftakt. Aber ansonsten, du kannst entscheiden. Du fängst an. Ich fang an. Gut. Also. Ach du lieber Gott. Also alles ab 107 ist okay, gell? Sag mal, ist das nicht zu lang das Ding, das ist ja Wahnsinn. So, eine Minute, oder? Oh, ich weiß jetzt schon, das ist anstrengend. Sind wir soweit? Gib Gas. Ben, schau lieber weg, sonst wird dir schweben. Okay. Wenn ich eins nicht kann, ist es auch genau. Aber so schwer kann es jetzt sein. Also, Moment. Ich bin, wie fängt man denn so an? So, so fängt man an. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Dann, auf die Plätze, fertig, los. Ja, Morgen, das heißt, das ist Homo 20, Homo 20. Geh mal, geh mal, geh mal, geh mal. Geh mal, geh mal, geh mal, geh mal. Geh mal, geh mal, geh mal. Geh mal, geh mal, geh mal. Alter, wie lang ist denn? 60 Sekunden. Ah, nein. Noch drei Sekunden. Noch zehn Sekunden, Florian. Alles klar. Ja. 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 Das ist echt anstrengend. Ich hab keinen Lüft mehr. Das glaubt man nicht. Das eine Minute, das waren bestimmt drei Minuten. Das gibt's nicht. War das eine Minute? Ich muss mal wirklich sagen, es war eine Minute und ich habe die ganze Zeit auf den Zähler gedrückt und hatte gar keine Zeit, auf die Anzeige zu gucken. Deswegen, es sind insgesamt 89 Sprünge. Gut. Hey, das wird's. Wir machen das. Ben, mach das. Ben, mach das. Mach gemütlich. Mach mal gemütlich. Ich kann nicht mehr weiterreden. Ich sag's dir doch. Was machen wir? 89, ja? Gehst du? Ben, ich wünsche viel Spaß. Viel Erfolg. Ganz ehrlich, 50 Liegestützen sind nicht ansatzweise so anstrengend wie eine Minute Sprungshaltspringen. Das ist ja Wahnsinn. Okay. Ben, gib Gas. Der Mann, der ist in Kampffosition. Danke, dass ich das mit dem Pizzateig machen durfte. Ja. Schau dir das an, der ist voll motiviert. Benny, gib Gas. Wir geben das Startkommando. Achtung, fertig, los. Oh. Jawohl. Jawohl. Ben, gib Gas. Jawohl. 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 Jetzt, 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 jetzt. Oh. Oh. Der ist gut unterlegt, der Mann. Jawohl. Die ersten 8 Sekunden hast du schon. Ja. Ich bin schon mit. Komm, Ben, ich bin Gas. Oh nein. Ben, gib Gas. Ja. Ja. Du hast alles. Oh. Oh. Jawohl. Ja. 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 Du hast uns zu helfen. Der Mann, der kämpft. Der kämpft uns groben. Der aller unglaubliche Kollektion, dieser Mann. Man hat man viel mehr. Ja. 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 Ja! Nein, mein Günter! Hi Ben! Ach, ist hier was anstrengend? Ja! Was wolltest du uns schon immer mal sagen, Ben? Nein, kann ich nicht. Ben, was möchtest du uns allen sagen? Ja, ja, ja. Ganz tolles Spiel. Spaß! Herr Schiedsrichter! Ich glaube, das war eine überragende Leistung. Ich ziehe meinen Hut. Ich bin gespannt, aber es sah deutlich, ja, aktiver aus als bei mir. Wir schauen mal. Genau. Florian, wo hat der 89 geschaut? Ja, was unglaublich war. Genau. Und bei Ben, also ich hätte ja nicht gedacht, dass diese Zahl machbar ist. Also großes Kompliment. 117 Sprünge! Wow! Herzlichen Glückwunsch, Ben Zucker! Ja! Bravo! Seid noch ein bisschen hier. 117 Stück. Ja! Und jetzt schauen wir mal, wer ist denn am nächsten dran? Wer hat richtig getippt? Das heißt, Daniela Alpinito hat mit 75 leicht daneben gelegen. Leider nichts gewonnen. Marina, Marx und Carsten Walter haben nicht gedacht, dass Ben auch mitmacht. Leider nichts gewonnen. Gewonnen haben die Trott-Beller! Albert, was werdet ihr für uns singen? Was habt ihr uns mitgebracht? Ben braucht eine Pause und dafür gibt es jetzt die Cordula Grün. Die Cordula Grün! Passt das! Die Cordula Grün! 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 Ich hab' dich, ich hab' dich, ich hab' dich Ich hab' dich tanzen gesehen Mir war's am nächsten Tag klar, ich will jetzt nur Corolla Ich bin auch kein Optimist, dass wenn sie mir verschwiegt Dass sie verheiratet ist, mit einem Pediatrist Ihr Mann hieß Eva früh, er hat die Panzen gesehen Und hat er sie noch gefragt, ob sie morgen mit ihm vor dem Altar sitzen war Und sie hat ja gesagt Ich hätte echt das geacht, denn ich hab' dich anders geacht Und hab' dich gesehen Ich kann's nicht, was dafür geben, sie all' an, nicht zu drehen Denn ich hab' dich, ich hab' dich Ich hab dich, ich hab dich, ich hab dich, ich hab dich Ich hab dich tanzen gesehen Ich hab dich tanzen gesehen Ich hab dich tanzen gesehen Ich hab dich tanzen gesehen